Der Prophet Jesaja Kapitel 11 gelesen nach der Textbibel Und aus dem stumpfe Isais wird ein Reis ausschlagen und aus seiner Wurzel ein Zweig hervorbrechen. Der Geist Jahwes wird sich auf ihn niederlassen, ein Geist der Weisheit und des Verstandes, ein Geist des Rats und der Kraft, ein Geist der Erkenntnis und der Furcht Jahwes. An der Furcht Jahwes wird er sein Wohlgefallen haben und wird nicht nach dem richten, was seine Augen sehen, noch nach dem urteilen, was seine Ohren hören, Sondern über die Geringen mit Gerechtigkeit richten und über die Elenden des Landes in Geradheit urteilen Und die Gewalttätigen mit dem Stocke seines Mundes schlagen und mit dem Hauche seiner Lippen die Gottlosen töten Und Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Hüften sein und die Treue der Gurt seiner Länden Und der Wolf wird neben dem Böcklein lagern, Kalb und junge Löwe werden zusammen weiden und ein kleiner Knabe sie leiten Kuh und Bären werden weiden und ihre Jungen nebeneinander lagern und der Löwe wird Stroh fressen wie die Rinder Der Säugling wird an der Höhle der Otter spielen und der Entwöhnte seine Hand auf das Auge der Natter legen Sie werden keinen Schaden tun und kein Verderben anrichten in meinem ganzen heiligen Bergland Denn das Land wird von Erkenntnis Jahwes voll sein wie von Wassern, die das Meer bedecken Und an jenem Tage wird der Wurzelspross Isais, der als Panier für die Völker dasteht Von den Heiden aufgesucht werden und sein Wohnsitz herrlich sein Und an jenem Tage wird der Herr wiederum zum zweiten Male seine Hand ausrecken Um den Rest seines Volkes loszukaufen, der von Assur und von Ägypten und von Patros und von Kusch Und von Elam und von Sinéa und von Hamad und von den Inseln des Meeres übrig sein wird Er wird ein Panier für die Völker aufstecken und die versprengten Israeliten sammeln Und die zerstreuten Judäerinnen von den vier Säumen der Erde zusammenholen Und der Neid gegen Ephraim wird verschwinden und die, welche Judah befähden, werden ausgerottet werden Ephraim wird Judah nicht beneiden und Judah Ephraim nicht befähden Vielmehr werden sie sich auf den Abhang der Philister im Westen stürzen Vereint werden sie die Ostländer plündern Über Edom und Moab werden sie ihre Hand ausstrecken Und die Ammoniter werden ihnen untertan sein Und Jahwe wird die ägyptische Meereszunge austrocknen Und seine Hand mit starkem Sturme wieder den Euphrat schwingen Und ihn in sieben Bäche zerschlagen und sie in Schuhen hindurchschreiten lassen So wird es eine Straße geben für den Rest seines Volkes, der von Assur übrig sein wird Wie eine solche für Israel vorhanden war, als es aus Ägypten heraufzog Wie eine solche für Israel vorhanden war, als es aus Ägypten heraufzog Wie eine solche für Israel vorhanden war, als es aus Ägypten heraufzog Wie eine solche für Israel vorhanden ist, die die Zutaten wurde Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020